Servus meine Schatzis, was geht? Neue Präsentation Moment So, ich öffne das Gut, ich habe meinen Bruder meinen allerbesten Bruder Hannibal unterstützt Sein Albumname Weg von der Fahrbahn Plus die EP, Ja Mann Das hatte ich gereift, Bruder Das hat alles Weggewichst, Entschuldigung Wegrasiert Boah, Hammer, Hammer Hier ist es von hinten Also von hinten, Sie können den Track lesen Und ja, meine Schatzis Unterstützt gute Musik Hannibal hat alles rasiert Heute erschienen, heute draußen Release Day, 27.2 Unterstützt ihn, Freunde Er hat alles weggebankt Ich schwöre, boah, krass Lange nicht mehr so ein sweet, geiles Album gehört Und ja, ich mache das mal kurz auf So, sind drei CDs Zwei hier, eine da Erste EP Ja Mann, EP So, von hinten, hoffe ich, sieht ihr das Wenn ich zur Seite schaue Ich muss gucken, ob das optimal ist Ja, okay Ja Mann, EP Von hinten ist Silber Nicht schwarz Und, krass Zwei, das sind zwei Alben Was los Und für einen guten Preis, Bruder Gehst, bevor du das Geld aus dem Fenster wirfst Gehst du Saturn, Media Markt, wo auch immer Unterstützt gute Musik, Bruder Meine Schatzis Wenn ich Schatzis sage, habe ich von Hannibal, Bruder Deswegen Ja, einfach mal machen So sieht es aus Von innen Zweite Seite Hoppala So Mein Schatzis, unterstützt wirklich gute Musik Er braucht die Kohle Hannibal, ich liebe dich Du weißt es Ist nur Spaß Aber ist ja so, warum denn nicht Du machst ja Musik wegen Kohle Für was auch immer Natürlich auch uns glücklich zu machen Das wissen wir, mein Schatzi Aber unterstützt ihn Er hat es krass verdient Respekt an dich, Bruder Moment, ich muss den Booklet erstmal rausholen Ich muss versuchen Aber Immer diese Booklets Die kommen nie raus So Meine Schatzis Ein Moment So, Booklet Echt klasse Wir fangen mit der ersten Seite an Erste Seite Zweite Seite Dritte Seite Vierte Seite Fünfte Seite Sechste Seite Und fertig Unterstützt ihn Ich kann es tausendmal sagen Ihr müsst es nur tun Ihr könnt es auch digital bei Amazon oder iTunes downloaden Wenn ihr keinen Bock auf die CD habt Und ja Nicht illegal downloaden Das ist fucking scheiße Was soll ich sagen noch Scheiß illegal downloaden Sind alles Bastards Egal Muss ja jeder selber wissen Hoffentlich werden die erwischt Aber Boah Können die 30.000 Millionen Euro zahlen Naja Schatzis Freunde Unterstützt gute Musik Hannibal Ja Abonniert meinen Kanal Wenn ihr mehr sehen wollt Meine restlichen Videos Könnt ihr auch abchecken Sind echt klasse geworden Ähm Was soll ich sagen Wenn das heute ein bisschen zu schnell ging Können wir leidnigen Scheiße Ich hab Druck Naja Mein Schatzis Äh Bisschen schneller ist ja auch nicht schlimm Unterstützt Hannibal Er hat alles rasiert Boah Snippet Alles war schon Hammer Und jetzt nochmal In der Hand zu haben Das Meisterwerk Boah Er hat Er hat das verdient Freunde Unterstützt ihn Wir sind dabei Naja Hannibal Weg von der Fahrbahn Plus Ja Mann IP Rasiert Euer Vati Haut rein Ciao